so dann der bastelzeit heute mal mit einer reparatur die für daheim eventuell auch interessant sein könnte mich hat nämlich ein notruf erreicht wichtiges teil funktioniert nicht der fernseher sollte eventuell aktuell funktionieren sonst kommen die leute noch auf die idee raus zu gehen und im end keine gute idee also gucken wir mal ob man das wieder hinkriegen fernseher selber ist in ordnung soviel schon mal vorab wenn man am gerät andrückt funktioniert also was bleibt übrig die fernbedienung hat es wohl erwischt also gucken wir mal wenn der fernbedienung nicht funktioniert was kann man tun wie kann man feststellen was genau das problem ist und dann sich sofort arbeiten fangen wir erstmal mit dem wichtigsten an wir gucken uns das ganze einmal an wie sieht das ganze aus wenn wir drauf gucken was mir direkt auffällt das ist hier diese weißen stellen weiße stellen das könnte darauf hindeuten dass irgendwas mit fett darüber gelaufen ist also zum beispiel milch oder milchhaltige sachen wie kaffee mit milch oder sowas das wäre natürlich schlecht weil wenn sowas hier rein läuft dann haben wir innen drin natürlich auch probleme aber wenn wir uns sonst mal angucken die fernbedienung ist relativ sauber also ich glaube nicht dass das das problem ist und auch wenn wir hier mal hingehen nehmen uns hier mal so eine stelle und ich ziehe mal da dran dann sehen wir das geht in so einem film ab und der ist relativ gleich also ich gehe eher davon aus dass das hier nicht ein problem ist dass was drüber gelaufen ist sondern dass hier das wird irgendeine beschichtung vom hersteller sein die sich jetzt halt mit den jahren langsamer ablösen ist und dann hier diese optik da hinterlässt das heißt für uns jetzt natürlich okay ist nicht schön aber ist auch jetzt kein problem das ist erst mal nur optisch und schränkt die technische funktion nicht ein ansonsten können wir sonst noch sehen oh ja hier können wir was sehen hier sehen wir zwei sachen zum einen sie ist hier ein bisschen auseinander das heißt also irgendwas stimmt auf jeden fall nicht auseinander ist nie gut könnte jetzt sein dass runter gefallen ist aber was ich auch sehr ist hier hat jemand mit dem schraubenzieher probiert das ding schon mal auseinander zu nehmen also offensichtlich hat da jemand versucht das ding schon mal zu reparieren ist meistens keine gute idee denn ja wenn jemand vor einem dran war weiß man nie was hat derjenige gemacht was hat er vor allen dingen noch weiter kaputt gemacht aber gehen wir mal weiter das nächste was bei fernbedienungen sehr häufig das problem ist batterien zum einen könnte sie natürlich leer sein zum anderen kann es aber auch durchaus sein dass die ausgelaufen sind hier denke ich das nicht weil wenn wir mal gucken aerozell das klingt mir nach einer zinkluft batterie die haben eigentlich nicht so das problem hauptproblem bei mit auslaufen sind eigentlich alkaline batterien das hier lasst mal schauen du not du not du not kann ich sehen was es genau ist aber ich gehe sehr stark davon aus sind auch zwei gleicher und auch wenn es ein bisschen seltsam aussehen dass hier ist mal gucken nur irgendwie die folie die so ein bisschen am abgehen ist aber hier ist weder oben noch unten wirklich nennenswert irgendwas an korrosion oder so also ich denke nicht dass die batterien das problem sind trotzdem natürlich man sollte es mit vollen batterien noch mal gegen testen am schluss einfach nur um sicher zu gehen wichtiger ist aber jetzt wenn die batterien draußen sind einen blick hier auf die kontakte zu werfen denn wenn da in der vergangenheit schon mal irgendwie eine alkaline zelle oder sowas ausgelaufen ist dann kann es durchaus sein dass die ziemlich mitgenommen sind und natürlich kontaktprobleme verursachen wenn wir hier mal gucken dass hier ist blank obendrin ja ich kann es gerade so erkennen aber da ist auch nichts was so aussieht als ob da belag ist wir nehmen es trotzdem gleich auseinander aber erst mal suche ich mir mal ein paar was ist das triple a zellen die bekanntermaßen gut sind und dann schauen wir erst mal ob es mit strom denn alles okay ist so ich habe mir mal ein paar frische besorgt oder frische netze kommen jetzt aus einer fernbedienung von mir aber ich weiß dass sie funktionieren also hau mal die mal rein kurzschlüsse oder so habe ich keine großen bedenken die batterien hier können nicht ganz so viel da sollte normal nichts passieren und wenn wir rein machen müssen das ding jetzt testen natürlich nervig bis zum fernseher laufen keine angst muss man nicht und zwar was wir machen können ist einfach ein sogenanntes smartphone benutzen ja irgendein smartphone mit kamera tut's denn hier vorne die meisten fernbedienungen es gibt verschiedene aber der großteil der hat hier oben dieses dinge hier und das ist eine infrarot diode das heißt da kommt infrarot licht raus deswegen funktionieren die auch nur wenn entsprechende verbindung von der fernbedienung sichtverbindung zum fernseher ist bei funk verbindungen geht das natürlich nicht aber bei hier den was wie gesagt der großteil der fernbedienung noch ist kann man einfach eine kamera holen die da vorhalten denn das handy kann ein bisschen infrarot sehen und da das hier eine relativ starke lampe ist kann man das dann auch sehen und ich habe das hier mal gemacht das hier ist jetzt mit den neuen batterien und wenn ich hier irgendwelche tasten drücke ihr seht da ist nichts zu sehen überhaupt nichts wenn wir jetzt mal zum gegenvergleich hier eine fernbedienung von mir holen selber batterien drin also das sollte alles funktionieren wenn wir da drücken da kommt ein licht und das sagt uns jetzt schon mal zwei sachen nummer eins wir wissen es ist auf jeden fall was mit der fernbedienung es liegt nicht am empfänger das heißt also definitiv hier unser fehler und ein zweiter fehler den wir schon sagen können ich habe diverse tasten gedrückt und nirgendwo kam licht raus das heißt also wir haben ein generelles problem mit der fernbedienung es gibt auch den fall dass zum beispiel nur die power taste nicht funktioniert der rest aber zum beispiel oder nur der obere bereich und der rest funktioniert das könnte darauf hindeuten dass doch irgendwie dreck reingekommen ist zum beispiel eine flüssigkeit reingelaufen ist und da jetzt kontaktprobleme in dem bereich existieren das heißt die fernbedienung selber klappt noch aber er merkt einfach nicht dass er die taste drückt und deswegen kommt das haben wir nicht in allen fällen müssen wir irgendwie das ding hier öffnen das heißt also wir nehmen uns dann jetzt einfach mal ein bisschen was hier um das auseinander zu machen hier hat ja schon jemand gestartet das heißt wir gehen auch von da aus weiter meistens sind die geklippt das heißt also immer von der seite ein bisschen durchgehen und diese clips lösen ruhig ein zeit lassen gerade wenn ihr nicht geübt seit dass man da nichts abbricht dann kriegt man die danach auch wieder sauber zusammen wobei ich vermute dadurch hier ja schon auseinander stand dass da eventuell schon was hinüber ist so gut aus wenn man so die hälfte offen ist dann kann man das so ein bisschen hin und her dann sollten die letzten auch relativ einfach aufgehen so aufpassen das sind jetzt mehrere teile und ja hier sehe ich schon hier liegt ein schwarzes teil rum das ist eher nicht von mir ich gehe davon aus dass es wirklich wo es kaputt gegangen ist so wenn jetzt hier insgesamt vier teile wir haben einmal das frontplastik was man damit gut machen kann ist das einmal irgendwie in eine spüle schmeißen oder sowas denn ihr seht hier sammelt sich eine menge an krümmeln und so weiter drin es ist ja relativ normal denn egal wie gut man die halt oben drauf abwicht in der mitte macht normalerweise niemand sauber oder baut halt die fernbedienung auseinander deswegen dann haben wir hier das gummi pad dass das was man von vorne sieht und auf der rückseite ganz wichtig diese stellen hier ihr von hinten seht das sind nämlich speziell beschichtete stellen hier ist nämlich ein kohlebelag drauf und zusammen mit diesen gekringelten linien die wir haben sorgt das dafür dass wenn man hier drückt da was passiert zumindest teilweise denn hier sehen wir auch was interessantes wenn wir das board und daneben legen hier gibt es nämlich zwei arten von kontakten das ist auch interessant sieht man ja selten wir haben hier oben diese geschlingelten linien wie zum beispiel der power button da kommt dann hier die kohlefläche von hinten gegen und stellt die verbindung her so weise das gedrückt wurde anders sieht das hier in der mitte beim steuerkreuz aus denn wenn wir hier gucken hier ist noch was drauf geklebt das ist ein sogenannter metal dome das heißt also hier stellt nicht das steuerkreuz oder dieses dieses gummi hier die verbindung her sondern die drücken auf einen nach oben gewölbten metall dom ja kann man so sagen der drückt sich runter und stellt dann die verbindung her die sind ein bisschen weniger anfällig weil ihr seht das ist hier relativ gut drauf geklebt da kann kein dreck drunter kommen oder jedenfalls nicht so einfach das heißt die wahrscheinlichkeit dass hier irgendwas passiert ist ist eher gering was wir allerdings auch schon sehen sowohl hier als auch hier sehen man leichten belag das heißt also ich gehe davon aus dass da tatsächlich mal flüssigkeit reingekommen ist das ist natürlich eher schlecht kann wie gesagt sein dass was drüber gelaufen ist kann aber auch einfach sein dass eine batterie dann doch mal ausgelaufen war und das hier drin um gesifft ist das ganze einmal rausholen haben wir die unterseite das ist auch nur gehäuse die rückseite ist meistens nicht bestückt hier können wir noch mal die kontakte kontrollieren und ja die sehen definitiv in ordnung aus also da ist auf jeden fall nichts mit batterie ausgelaufen das heißt also wir haben wahrscheinlich den feuchtigkeitsschaden ansonsten hier oben die led das war's sonst haben wir nicht viel drauf haben nur die ganzen kontaktflächen und ein einziger ic hier unten der macht das alles was haben wir hier das ist der hbb 102p wenn ich das richtig sehe ich blende es euch unten ein und ja dann würde ich sagen wir probieren uns mal und zwar was ich jetzt machen werde ist mir erstmal hier ein bisschen strom besorgen das heißt ich mache die tests jetzt mit meinem labor netzteil wenn ihr kein labor netzteil da habt was man auch machen kann ist einfach das ding noch mal zusammensetzen wenn man jetzt hier erkannt hat was wo ist und dann noch mal zur sicherheit mit einer von hier den tasten probieren ob da leuchtet dann können wir schon mal relativ sicher sein ob es wirklich die tasten sind oder ob es das gummi ist muss man natürlich gucken wir haben hier zwei batterien mal 1,5 volt macht also 3 volt das heißt ich gehe jetzt hin und stelle hier mein ding mal auf drei volt ein 3,3 ist auch okay current limit 100 milliampere das müsste reichen und dann das ganze dran halten minus ist die feder plus ist hier unten das teil und dann brauchen natürlich wieder die kamera dann schauen wir mal was er sagt ich halte dran 0 ampere ich drücke was und ich sehe nichts okay also auch bei den metal domes ist nichts zu sehen das heißt also wir haben definitiv ein allgemeines problem dadurch dass ich jetzt mein labor netzteil gearbeitet habe habe ich aber noch was zweites gesehen und zwar achtet mal auf display 0,000 ampere wenn ich drücke 1 milliampere also irgendetwas darin scheint zu leben nur die led schaltet halt nicht oder gibt jedenfalls nichts aus wir wissen jetzt dass das ding definitiv nicht reagiert auf die tastendrücke keine infrarot strahlung aussendet aber gleichzeitig strom verbraucht das ist der schlechteste fall für so eine fernbedienung denn das heißt in hier dem fall dass entweder der chip und meine abbekommen hat oder die led selber kaputt ist das sind so zwei sachen die sind fast in allen anderen fällen reicht es nämlich aus ein bisschen was zu putzen denn wie eben schon gesagt es kann durchaus sein dass hier was reingelaufen ist dass wir keinen kontakt bekommen in dem fall reicht es wenn man irgendwie mit mildem alkohol oder so mal hier diese ganzen kontaktflächen auf beiden seiten sauber macht muss man ein bisschen aufpassen wie gesagt es ist nur so kohle die da drauf gemacht ist je nachdem welcher hersteller das gemacht hat und wie gut hält das mehr oder weniger gut aber hey kaputt ist kaputt mehr als kaputt machen kann man es nicht von daher einmal drüber wischen ist auf jeden fall keine schlechte sache das zweite was bei fernbedienung halt häufig ist ist das hier hinten was korrodiert durch ausgelaufene batterien in dem fall muss man nur hingehen und dann entsprechend hier die kontakte einmal sauber machen eventuell ein bisschen abschleifen im notfall kann man auch irgendwie von einer anderen fernbedienung oder mit draht selber da was wickeln und neu einlöten und so das ding da wieder in bewegung setzen ja das hier problematischer also ja wie gehen wir denn jetzt weiter vor ich würde sagen ich gucke mir erstmal an wie das ganze aufgebaut ist ich sehe es schon so grob wir haben hier ja unseren pluspol der kommt hier rein und von da aus geht hier ein trace auf den controller und eins geht hier komplett auf der äußeren stelle nach oben bis zur led das heißt also an der led sollten wir strom haben und dann geht ein zweiter hier runter von der led und geht wieder hier auf den controller das heißt also der controller hat direkt internen transister womit er die led ansteuert was wir jetzt tun können 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 wir das können wir nehmen uns einfach mal wieder die rückwand setzen das hier rein dann kann ich nämlich meine batterien wieder rein tun nummer eins wie sieht das hier strom technisch aus haben überhaupt betriebsspannung hier ich gehe von ja aus weil wir hatten ja stromverbrauch gesehen das heißt wir gehen mal von hier die minuspol zu dem pluspol und überraschung also ich halte falsch rum 2,89 volt ist okay so kommt der strom auch hier bei unserem pin vom ic an überraschung tut es gucken wir erstmal weiter wie sieht es bei der led aus das heißt wir gehen hier einmal von da oben zur led gucken was da ist da ist auch spannung andere seite dann wahrscheinlich auch hier das heißt also 2,2 volt die ist aktuell auch nicht aktiv wie es aussieht gut das heißt hier unten bei dem einen pin am chip haben wir dann wahrscheinlich auch alles ganz normal strom an jetzt ist die frage was passiert wenn wir drücken okay wir sehen die spannung fluktuiert so ein bisschen wenn ich los lasse sehen wir die ist relativ stabil eventuell jetzt nicht das ist halt immer ein problem hier bei den kontakten dann guten kontakt hin zu bekommen aber ich denke man kann sehen wenn ich das hier so halte jetzt zum beispiel 2,1 5 volt sehr stabil wenn ich jetzt die taste drücke tut sich nichts was können wir denn da machen eigentlich nicht mehr viel es sieht immer mehr danach aus als ob der chip irgendwie ein problem hat was können wir noch testen wir können die led einmal separat testen ob das funktioniert und ansonsten können wir höchstens den chip einmal neu rein löten und gucken ob das irgendwie hilft ich vermute zwar nein aber versuch ist es wert wie gesagt kaputt ist anscheinend ja eh schon mal gucken vielleicht haben wir ja glück so im ersten schritt bin ich also hingegangen habe hier die ganzen lötstellen von dem chip einmal neu gemacht das heißt einfach mit dem lötkolben und ein bisschen frischen lötzinn da dran mit dem hintergedanken wenn da irgendein pad nicht mehr die verbindung zu dem beinchen von dem ic hat dann kriegen wir das hier mit wieder in ordnung das kann zum beispiel beim runterfallen oder so schon mal passieren dass da so eine lötstelle bricht ich hatte danach noch mal getestet hat leider nichts gebracht also raus mit der led und da können wir dann auch noch mal gerade schön sehen wie so eine led die polungen markiert hat wir haben hier einmal auf der linken seite die abgeflachte stelle oder wenn wir das ding hochkant heben dann sehen wir diesen kelch in der mitte und sowohl kelch als auch abgeflachte seite zeigen den minuspol an um die erkenntnisreicher da können wir dann auch hier mit unserem labornetzteil drangehen und wenn wir gucken wir sehen hier so ein schönes lila glühen das ist das was an infrarot bis zur kamera durchkommt also die led selber funktioniert das war also nicht unser problem müssen wir also an einer anderen stelle weiter suchen led also erstmal wieder eingelötet wie gesagt da gibt es nicht mehr viel zu testen also es bleibt nur noch der ic übrig so was dann gemacht habe ist mir das datenblatt vom ic besorgt das ist zum glück online erhältlich und ja viel kann man da nicht sehen sehen halt pin 1 ist vcc pin 3 ist ground und pin 2 ist unser ausgang aber das wussten wir ja schon vorher die ganzen anderen pins sind für uns nicht wirklich relevant den steigenden stromverbrauch gesehen das heißt also die eigentliche abfrage von den tasten hat anscheinend mindestens teilweise funktioniert ich bin dann mit dem oszilloskop hingegangen und habe hier einfach mal meine messspitze an pin 2 drangehalten und what the heck naja das was wir jetzt auf dem oszilloskop sehen das sind signale wir haben standardmäßig high und dann immer so kurze dinger wo es nach unten geht und das sieht mir doch sehr wie ein moduliertes ir signal aus das heißt die led sollte theoretisch mit diesem signal aber an und ausgehen und wird noch besser wenn wir nämlich jetzt aufs netzteil gucken naja statt 1 milliampere haben wir jetzt plötzlich 46 milliampere und das liegt auch eher am current limit als daran das was nicht klappt genau so sieht es aus wenn wir das ding jetzt in die kamera halten es funktioniert alles magische selbstheilung naja nicht ganz denn der fehler ist hier seht ihr nicht ja kein wunder ich habe es ja auch übersehen wenn wir uns den pin 2 angucken oberhalb von dem eigentlichen beinchen wo dann noch so eine stelle ist wo so ein bisschen golden raus guckt darunter ist ein schwarzer rand das ist keine reflektion sondern da ist tatsächlich das eigentliche pad wo das beinchen drauf festgelötet ist nicht mehr 100 prozent mit der leiterbahn darüber verbunden das ist anscheinend entweder weg korrodiert oder durch mechanische belastung abgerissen ich kann es nicht genau sagen aber da ist kein kontakt mehr gewesen allerdings wenn ich mit meiner mess spitze da drauf gedrückt habe hat er einmal kurz kontakt gehabt deswegen ist es mir eben beim multimeter nicht aufgefallen und als ich hier mit meiner oszilloskop spitze rum gefuhrwerkt habe habe ich so ein auf der linken seite sieht man es vielleicht so ein ganz kleines kupfer stückchen anscheinend was ein bisschen lose war rüber geschoben und das macht jetzt kontakt deswegen funktioniert es jetzt wieder okay also immerhin wir haben unseren grund gefunden und mit dem grund kriegen muss natürlich auch relativ einfach repariert was ich gemacht habe ist oben drüber bei der leiterbahn den lötstutz da diese lötstopp maske weggekratzt so dass ich das reine kupfer habe und wo kupfer ist können wir auch löten das heißt ich habe einfach meinen lötkolben geholt frisches lötsinn und dann so eine kleine lötspur drüber gezogen vom beinchen bis zur leiterbahn das brückt diese kaputte stelle und damit ist dann das thema auch erledigt kontakt ist jetzt da und das ding funktioniert jetzt auch wieder zuverlässig und hoffentlich damit auch dauerhaft aber wenn wir schon mal da sind machen wir den rest auch noch bin dann hingegangen hier bei dieser gummimatte die kontaktflächen zumindest da wo es so aussah als ob da irgendwie flüssigkeit reingelaufen ist bin ich einmal mit meinem lappen drüber gegangen um das so ein bisschen weg zu wischen danach bin ich hingegangen habe die gummimatte mit dem außen gehäuse einmal hier in ein bisschen heißes wasser mit ein bisschen seife reingeschmissen dass da sich der dreck ein bisschen lösen kann muss man natürlich aufpassen darf nicht zu aggressiv sein jedenfalls nicht so lange die matte da drin ist sobald man die matte rausholt der rest ist abs das ist relativ unempfindlich da gegenüber da kann man dann noch härtere sachen rein machen die dann den dreck ein bisschen besser lösen und das ding dann einmal richtig durchwirbeln dass da die restlichen sachen die da drin sind das heißt also staub dreck und alles was sich mit der zeit gesammelt hat da entsprechend löst und danach ist das ding sauber macht zwar technisch keinen unterschied aber hey wenn man schon mal drin ist kann man auch wenigstens ein bisschen sauber machen oder okay das war ein bisschen mehr als ich erwartet hatte ich bin eigentlich davon ausgegangen dass einfach nur eine korrodierte batterie drin ist batteriekontakt vielleicht ein bisschen verschmutzt vielleicht mit ein bisschen problemen und pech eine lötstelle da drin kaputt aber okay hier hatten wir anscheinend das volle programm wir hatten auf jeden fall irgendeinen schaden am pin ob das jetzt ein fall schaden ist oder flüssigkeitsschaden bin ich mir nicht sicher ob der weg korrodiert ist es war nur sehr schwer zu erkennen dann hatten wir entsprechend die ganzen flächen hier verschmutzt ich gehe davon aus dass das auch ein flüssigkeitsschaden ist warten ein bisschen staubt wobei ich nicht davon ausgehen würde dass das wirklich in der praxis einen unterschied gemacht hätte und ja gut das einzige was wir nicht hinbekommen haben das ist hier dass irgendwie diese beschichtung abgeht ich bin mal mit ein bisschen alkohol drüber gegangen aber ja wie man sieht da kann man nicht ganz so viel machen das ist halt so das kommt vor ansonsten das ding ist wieder voll einsatzfähig lohnt es sich sowas zu reparieren wenn wir rein aufs geld gucken wahrscheinlich nicht also so eine ersatz fernbedienung lasst du mal zehn euro kosten oder so ansonsten die universal fernbedienung gibt es ja auch aber zu reparieren geht zum einen schneller und zum anderen schwarz halt ressourcen und gerade wenn es nicht so kompliziert ist wie hier wo wirklich irgendwie ein pin mehr oder weniger unsichtbar sich gelöst hatte dann ist es meistens mit einmal auf klippen drüber wischen wieder zumachen getan das sind halt irgendwie fünf zehn minuten und naja das kann dann durchaus eine gute idee sein das zumindest mal zu versuchen ich mein kaputt ist kaputt und fünf minuten investieren dass man eventuell direkt wieder fernsehen kann ist für einige leute ja auch eine option wenn sie fernsehen gucken wie auch immer wir sehen hier da blinkt naja wir sehen es nicht aber glaubt mir einfach es blinkt das heißt die geht jetzt wieder zurück an die richtige stelle und tut dann hoffentlich auch längere zeit wieder was es soll ihr Untertitelung des ZDF, 2020